Lachen wir ein bisschen. Lachen wir ein bisschen. Ich bin Nasti Löwenherz und ich bin Model und Schauspielerin. Ich bin Polly, also Polly Roche, und ich bin seit kurzem Model und sonst Schülerin. Ich bin Liening, ich bin Sänger, Tänze und Schauspieler aus Berlin. Ich bin ich. Wann bist du wirklich privat? Also auf jeden Fall eher so nachts, also halt klar, wenn wenige Leute um einen rum sind. Das ist privat. Privat bin ich, wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie bin. Meistens im Wald, wo mich keiner sieht, wo ich einfach nicht bin. Ich habe mit total coolen Leuten so bis jetzt zu tun gehabt. Früher fand ich es noch richtig cool und war da auch voll drin, Instagram-Stories zu machen. Mittlerweile bin ich echt eher privater geworden. In schlechten Zeiten lernt man, glaube ich. Also lernt man viel, wenn man reflektiert. Und gute Zeiten motivieren einen. Eigentlich versuche ich mich so ein bisschen so go-with-the-flow-mäßig. Ich fühle mich so eingeengt, wenn ich weiß, ich habe ein Ziel und muss darauf hinarbeiten. So wie ich bin, ist jede Situation. Es ist performativ, verändert sich flexibel, fluid. Es ist alles ich. Nicht irgendwie einen auf cool zu machen. Also ich bin halt ich so. So nachdem gerade was Großes passiert ist oder irgendwie viel los war, dann so der Moment danach. Ich glaube, jeder Mensch ist eins da. Ich glaube, die Momente, die wirklich wichtig sind, nehme ich gar nicht erst auf. Ich bin oft in meinem Kopf und dadurch baue ich mir Selbstdruck auf, der eigentlich gar nicht da ist. Was gibt dir Energie quasi? Freunde. Ich glaube, meine größte Angst ist, mir selber nicht gerecht zu sein. Was das eigentliche Ziel ist, ist, dass man wirklich so sagt, okay, ich habe alles und ich bin happy mit dem, was ich habe. Ich fange mich selber auf. Das ist wichtig. Ich glaube, meine Arbeit soll das ganze Leben darauf hin. Ich bin bis jetzt glücklicher. Was trägst du? Im Private Studio. Im Private Studio. Im Private Studio. Im Private Studio.